Scheiße. Wie kriegen wir den? Hi Babe. Wir müssen schnell handeln. Ja, 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 bla bla bla. Ähm, Vergangenheitfragen. Wir sagen, unter so weisem Löseschacht, äh, nach ihrem Kindermädchen fragen, Affäre ihres Vaters ansprechen. Ja, ja, jetzt lügt sie natürlich, klar. Ja, ja, jetzt lügt sie natürlich, klar. Affäre ihres Vaters beharren? His affair with the nanny. Affair with the nanny. What are you talking about? You're scaring me. What the fuck is wrong with you? I'm done with this. You have more questions? Find someone else. Man, you are just all class today. Oh, sie geht. Oh, sie ist gegangen. Oh, fuck. Eigentlich gut. Eigentlich gut, dass sie gegangen ist. So, jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben zwar die Uhr. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, all right. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. Hey. Ch tendency that she out of. Oh fuck you. 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 My wrists. Whoa fuck you. To go boxar cuz this is a .. What is going on? It can be impossible with whats we do. Who don't help me? This is a misunderstanding. Oh fuck you. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Das läuft ja nicht so gut. Aber es waren wieder mehr Schläge, die wir abgegeben haben, ne? Wir wissen also, dass sie was zu verheimlichen hat. Dass sie ihren Vater auf jeden Fall umgebracht hat. Das hat sie ja schon mal so langsam lernt. Ja. Hmm. 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 So, dann... Sagen, dass sie ihr verzeihst, fragen, warum sie über Vergangenheit gelogen hat, fragen, warum sie ihr Vater umgebracht hat. Woher hast du die Uhr? Hey. Okay. nach den einzelheiten des mordes fragen um mehr zu erfahren ist glaube ich ganz gut ich glaube nicht dass wir es jetzt direkt schaffen werden ich habe eine neue tastatur die ist so aggressiv schreiben ziemlich empfindlich doof zum schreiben ach so das wissen wir ja das haben wir schon erfahren ja 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 das wissen wir ja 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 und wir sind wir ja um Ähm... Warum hat sie gelogen? Ja. Was könnte ich machen? Wenn du findest du, was ich wirklich warst? Ich wollte dich nicht verlieren. Das ist alles. Aber hier sind wir. Gott, verdammt. Hey. Gott, verdammt. Warum hast du es gemacht? Ich... 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 Ich kann hier nicht. Nein, 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 nein. Sir? Honey? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Der kommt jetzt, ne? Hä, war da gerade Rollo? 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 Achso. Tja, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. All right, all right, let's... Help me. Will you come help me? Will who come help you? My prince. So, someone is here. I don't know what you... This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I... I don't know. You don't have to handcuff me. Hey, we can talk this out. You're making a mistake. This is... You can't do this. Kommt der jetzt mal hier? Ja, jetzt kommt er mal hier. This is more complicated than you think. Ich mach mal nichts. Please, just go. I won't tell anyone. Okay, ich mach doch was. No, no. Please, don't stop. Stop. Oh my God. No, help! Somebody help! Wir haben uns auf jeden Fall mehr gewehrt. Wie vorher. Okay. Wir wissen also jetzt jede Menge über die... über die Vergangenheit. Was ist das, wenn wir die Frau einfach umbringen? Was passiert dann? Was ist das, wenn wir die Frau einfach umbringen? Ich hörte nicht, du kommst in. Nicht mehr. Okay. Ausprobieren. Schlafen legen, umbringen. So. Mal gucken, was dann passiert. Der Tag startet eh neu. Ja. Und dann die Polizei rufen. Gibt es andere Telefonnummern, die wir anrufen können, frage ich mich gerade? Oh, fuck. Das hat sie mitbekommen. Wir müssen das, dürfen das nicht im Wohnzimmer machen. 588-0. Das hat sie jetzt bestimmt mitbekommen, da würde ich verwenden. Scheiße. Das ist ja blöd. Scheiße. Ach, Mann, 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 Mann. Ich weiß über die Pocka-Watch. Es ist ein Event unterhalb der Medizin-Cabinette. Was? Der Mann hat mir gesagt, dass du dein Vater verletzt. Der Mann hat dir gesagt... Was? Ich weiß nicht, wie das denn? Aber ich lege den gleichen Minuten, über und über und über. Was? Ich weiß, wie dein Vater stirbt. Wie er wirklich stirbt. Ich weiß nicht, was du denkst. Aber du besser... Es war Weihnachtstag. Er hat dich geholfen. Er hat dich geholfen. Ja, das kennen wir ja alle schon. Ich sprühe mal vor. Was trinken? Hier. Are you even listening to me? This has nothing to do with anything. I wanted to tell you... I just... I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. Will you just say something? Anything? I can't take this silence. God. Oh, oh. Babe? Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? Trivi? Hast du Durst? Äh... Shit. Shit happens. Messer. Ja, ich muss das nochmal anders ausprobieren. Äh, pass auf, warte. Entschuldigung, Frau. Ja? Seid mich in deinem Apartment. Ich bin mit der Polizei. Oh. Oh. Oh, okay. Können wir einfach ins Bett legen? Liegt der sich jetzt echt schlafen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hilf mir. Will you come help me? Well, who come help you? Oh, oh. Someone is here. I don't know. Hello? This is a misstep. Police. Come on out. Babe, will you help me? This is a misunderstanding. Look, I... I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk. Das ging ja schneller als erwartet. Oh, for fuck's sake. Mann, verdammt nochmal. Okay. Guckloch. Ach, guck mal, wir können sogar durchs Guckloch gucken. Ach, krass. Dann holen wir mal den Becher. Not now. Okay. Krass, dass ihr das alles mitbekommt, immer. Wenn man irgendwas macht oder so, dann muss man schon aufpassen, dass das so detailliert ist. Kannst du einfach hier mit Wasser füllen? Geht das? Okay. Fenster? Kann ich irgendwas machen? Okay. Gib mir mal den Becher. Ihr habt bestimmt Durst. Oder? Oh, ja, danke. Ich war bereit, was zu holen. Erstmal alle Beweise vernichten. Ich fühle mich so plötzlich so müde. Oh, ich kann nur schlafen für einen Moment. Okay. Alles klar, wir reden später. Gute Nacht, bis dann. Tschüss. Ob wir die Sachen auch in den Dings mischen könnten? Ins Dessert, die Schlaftabletten? Können wir mal eben ausprobieren, wenn wir gerade schon dabei sind. Die schläft ja, ne? Geht das? Kann ich die Schlaftabletten da reinmischen? Diese Pilden sind großartig. Ich sollte sie auflösen. Okay, das funktioniert also nicht. Ähm. Ich nöte das andere Dessert auch mal mit. Was, dass ich alles in die Tasche stecken kann, das ist ja Wahnsinn. So. Ähm. Sie schläft. Probieren wir das mal aus, ob das überhaupt geht. Ich will es einfach mal testen. Huch. Geht das? Das macht keinen Unterschied mehr. Okay. Okay. Okay, das können wir nicht nutzen, das Messer an ihr. Das ist. Herze? She's out. Can't talk to her now. Okay. Ist nur die Frage, wie es hinterher wieder rauskommt. Schlaftabletten. Ja, gut. Na, nein. Aus den Tasten hier. Was, 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 was? Was schreibst du da? Ganz ruhig. So, die Taschenuhr. Okay. Kann ich irgendwie Scheibe einschlagen? Geht das? Okay. Mit dem Messer vielleicht? Dusche können wir nichts machen. Kluwasser? Ach, das ist genug Platz, um es zu droppen. Die Uhr ins Klo spülen, bringt ja eh nichts, ne, oder? Okay, wir könnten sogar, wir könnten sogar was ins Klo runterspülen. Macht aber irgendwie keinen Sinn, Tisch. Können wir damit was machen? Äh, Tisch. Puh, weiß ich nicht. Warte mal. Können wir was ausprobieren? Willen wir was testen? Ob das geht? Vielleicht... Ah, Mist. Mit Tabletten, ohne Tabletten. Ich habe erst gedacht, vielleicht kann man beide hier hinstellen und der Typ nimmt sich davon irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Ich würde mal einen Becher einfach nur stehen lassen. Beziehungsweise, okay, er kommt schon. Ich bin nicht zu Hause. Du steckst dir alles in die Tasche und fragst dich, wie es... Wie das geht? Es geht. Frage ist nur, hinterher wieder rauskommt. Ach, das meinst du. Ja, dreht sie doch ein. Komm, mach das, tu es. Alter, wir haben schon halb zwei. Ich komme so langsam zum Ende jetzt mal. Letzter Versuch erstmal. Für heute. Können wir vielleicht jetzt rausrennen? Nach draußen? Aber nee, dann fängt das immer wieder von vorne an, ne? Wenn wir jetzt rausrennen würden. Also nach draußen, zum Nachbarn. Hallo? Polizei? Komm her. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon halb zwei haben. Wenn ich jetzt rausrennen würde. Das ging ja doch schnell als gedacht. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt überraschen. Aber er hört uns ja instant. Okay. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Und, ähm, ja, das, ähm, ja, in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich würde sagen, Vielen Dank.